hallo und willkommen zu einer neuen folge csgo wieder dabei 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 ist vollkommen begeistert und ich mache jetzt von krieg ich hätte jetzt keffler kaufen können für wenig geld aber wegen dir weil mich geschossen hast mich jetzt viel geld bezahlen ein bisschen spaß nein das ist ernst das auch zeit wobei schenken bitte du hast die bombe der ist noch erläutert hat er hat was drin der hat was drin report den machen gleich der hat gerade instant sich umgedreht gehabt gepflegt mir hätte gegeben als er bei k stand 86 leute hat der kit ja auch eine geschaffte oder der schaffte junge das war richtig unnormal vor heftig von account her ich war ja 44 stunden auf einmal fliegt er zur seite und gibt mir direkt hat dass das war das sah echt komisch aus ich kann es nicht beschreiben mann du wieder mit der p90 was soll ich sonst was kaufen kann das ist scheiße vollflash gut gemacht einer einer ist outside gewesen sicher mal ab bitte ich es trifft ihn nicht jetzt stelle ich hinter die kiste entweder schlecht davor oder der kommt gleich da links ok nein es könnte ja die waffe und jetzt legt man sie immer die zurück vielen dank schon wieder p90 spielen nein doch weil ich gerade granite gekauft habe was nicht hätte sein müssen aber ich bin leider dumm da bist du leider geil was so geht man durch die wand ja mich auch ich auch oh oh es wird knapp oh hilfe hilfe beide da ich habe gerade richtig geweckt easy durch die wand cool dass du mir den kill klaust man ich habe gerade richtig rumgepackt das war das man das war vielleicht dein schade ich habe das nicht wirkte so als würde das internet dann weißt du dann wirkte ich habe ja da ich schieß einfach durch was ist los mit dem wo ist er denn ist er das war die kohle Ja, lässt sich von der Dickei täuschen. Das ist das erste Mal im Leben, dass ich von der Dickei getäuscht wurde. Soll ich sie an der MP-Ding gehen? Okay, dann nicht. Lass einfach uns fortrennen. Ja, geht schlecht mit einer SG, ne? Ach, easy. Achso schon. Ich hab ihn gehittet. Lieber mein Handy. Los, pusch den ein. Ich bin grad outside ein bisschen gefangen. Nice. Lass mich hier mal fest. Langt! WTF? Lass mal umklicken. Dann wieder zurückklicken. Und krieg ihn auch. Das war richtig komisch. Ich hatte ganz so ein Lack, Mann. Lack oder Heck? Das hört sich ja eh nicht an, ne? Geh mal über Rampe. Hört sich aber ähnlich an. Ja gut, ne? Wer ist denn Punkt? Doch, Leute. Zeug ist einfach. Beide Antwort. Warum schippst du? Warum? Hey, ich glaub nicht, dass ich noch weiter anzumut bin und nur outside. Was soll ich machen? Das schaffst du nicht, du willst sterben, du Hure. Danke. Ja, ne. Klingt, klingt, bitch. Ich hänge. Was? Hänge. Ich hänge. Ich hänge mein Leben fest. Was hast du gesagt? Weißt du, du hast gewonnen? Ja gut, ich war grad ausgetippt. Ne, ich hab's nicht gesehen. Tummelein. Warum kommst du direkt? Weil du mir sonst nie droppst? Doch, ich stopp dir immer. Nein. Ich bin ein netter Mensch. Du und nein. Jetzt hast du keinen Kevlar, ne? Doch. Boah. Frisst die Granate und stirn. Puh, der leckt das. Äh, genau da. Da. Rechte Seite, genau. Nicht da. Hinter der Kiste, aber rechte Seite. Ja, ich hab ihn gehört grad. Jetzt geht er lang links vorbei. Outside ist er. Ja. Junge, stirb doch. Der Dump. Ja, der spielt auf Zeit. Oh und so. Nice. Das war... Komisch, aber... War okay. War okay. War okay. Man, ich hab keine Hex, Alter. Vielleicht ein bisschen. Guck mal den Account an. Äh. Äh. 679 Stunden. 43 Spiele. Okay. Könnte... Könnte seriös sein. Hat ein Hex 47 als Freund. Okay. Dann... Dann... Ist das seriös. Die Zuschauer konnten eh nicht ins die Overlay sehen. Du Ohre, Mann. Einfach du Ohre. Wie bitte? Anna Onspot? Unshot. Anna schon doch? Alter Junge, hilf mir doch. Ich helf dir doch. Okay Junge, die sind so weit alle auf mich grad losgegangen. Was hast du gemacht? Ich hab... Ich hab... Ja... Ja, du kannst dich jetzt nicht rausrehen, Ohre, Mann. Verleidige mich doch nicht. Ich bin wegen dir gestorben. Du hast dich fürs Team geopfert. Das nennt man das. Ja, du bist dann aber auch gestorben. Du, 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 du. Ich möchte dich jetzt nicht beleidigen hier. Warum... Hab ich schon genug gemacht. Was schaffst du? Der andere ist da? Wo ist die... 90 hingeflogen? Oder MP3. Einer ist outside? Ja, ist outside. Genau. Hast du fein gemacht. Hast du fein gemacht. Hast du fein gemacht. Ja, der... SG. Hast du fein gemacht. Das ist ne schöner Skin. Kauf der Kids. Den Skin werd ich aber nicht behalten. Willst du das haben? Bäh. Ah, Mahlzeit. Sau. Was denn? Ich und Sau? Die armen Zuschauer. Was sollen die denken? Zuschauer. 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 Einer kommt lang. Ah, der ist los. Quatsch. Alexander. Ich glaube auch. Loll. Loll. Rechte Seite. Rechte Seite war da. Nein, nein, nein. Der war noch da. Ja, ja, ja. Warte. Komm, komm. Nein! Ahaha, ha 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 ha. Rente doch einfach. Du kommt doch von rechts. Mir ist doch scheißegal. Kakure, Mann. Stirb doch einfach, verfickte Scheiße. Kann doch nicht wahr sein. Immer das gleiche hier mit den Terroristen. Nicht mal planten können die. Hartnäckig sind die, hartnäckig. Nicht hartnäckig, die können einfach nicht planten, die sind zu blöd dafür. Ja, die... Oh, mein Rücken juckt. Oh, ich möchte jetzt meinen Rücken kratzen, warte kurz. Das hast du schon alleine. Soll ich ja mit Knife nachhelfen? Ah! Keine Rache. Down, ich bin low. Boah, mein Rücken hat mir gerade so gejuckt. Das tat gut, als ich ihn gekratzt habe. Hättet diesen Moment. Liked, wenn ihr diesen Moment kennt. Ah! Guck, ich hab doch gesagt, du schaffst das. Easy. Oh, Leute, die Runde schon vorbei? Ja, es ist schon Sieg, ne? Geht manchmal schnell. Oh, hm. Ja, wann kriege ich also ab? Gewinnen sie sechsmal einen Wingman, um ihre Skillgruppe anzeigen zu lassen. Ja, geil. Genau. So, ich würde mal sagen, die Zuschauer können aber oben links auf Abonnieren klicken, rechts auf die zwei Videos und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Ihr könnt auch auf meinem Kanal vorbeischauen, auch wenn da noch keine Videos sind. Vielleicht kommen da irgendwelche. Danke, EG. Ja, wenn da welche kommen, dann verlinke ich. Bis dahin. Ciao. Ciao.